Hi, ich bin Georg, Mitgründer von Hopper Mobility. Wir wollen ökologisch nachhaltige, komfortable und praktische Individualmobilität ermöglichen und so lebenswertere und gesündere Städte mitgestalten. Wir sind uns alle einig darüber, dass der Prozess, die Wirtschaft in ökologische und nachhaltige Bahnen zu lenken, schon viel zu lange andauert. Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, Teil einer Lösungsbewegung zu sein, die diesen Prozess beschleunigen will und greifbare Lösungen mit sich bringt. Wir alle kennen unsere Verpflichtungen der Umwelt gegenüber. Wir wissen, dass wir kein Plastik kaufen sollen. Wir wissen auch, dass fossile Brennstoffe vermieden werden sollten. Wir wissen, dass wir nur kaufen sollen, was wir wirklich brauchen und idealerweise unsere Geräte zur Reparatur bringen, anstatt gleich neue zu kaufen. Aber Tatsache ist, unser Konsumverhalten ist auch mit bestem Willen nur schwer zu ändern. Gerade, wenn die Angebote mangelhaft oder pseudoökologisch sind. Es ist mittlerweile fast eine Wissenschaft geworden, sich in den Konsumparadiesen zu orientieren, dass man wenigstens halbwegs nachhaltig einkauft. Wir alle wünschen uns deshalb, dass ein Angebot geschaffen wird, wo man nur zugreifen muss und sich dabei absolut sicher sein kann, dass das Produkt wirklich gut ist. Wir haben nicht alle die Zeit, jedes Produkt zu prüfen. Wir wünschen uns alle Lösungen, die es uns ermöglichen, weiterhin den Alltag zu bestreiten, zur Arbeit zu fahren und unsere Freizeit zu genießen, ohne auf fest eingespielte funktionale Gewohnheiten verzichten zu müssen. Wir von Hopper bieten eine Lösung für die urbane Mobilität und haben es geschafft, ein ziemlich cooles Wirken zu entwickeln, das nicht nur Zeit spart, wenn man gerade bequem einen Stau umfährt, sondern auch kein Benzin benötigt, die fahrenden Trocken von A nach B befördert und sogar geräumigen Stauraum hat. Für alle Bereiche, die wir nicht abdecken, gibt es genauso motivierte und kreative Leute, die tolle Ideen haben und die uns alle ein Stück weiter in die richtige Richtung befördern können. Wir möchten deshalb regelmäßig Unternehmen vorstellen, die interessante Produkte oder Ideen hervorbringen. Wir wollen über spannende Projekte berichten und Ideen für den Alltag vorstellen, die dir dabei helfen können, ein nachhaltigeres, schöneres Leben zu führen, ohne dabei auf deine bisherigen Gewohnheiten verzichten zu müssen. Wir freuen uns sehr über dein Interesse und hoffen, dich bei der Balance zwischen Nachhaltigkeit und Komfort unterstützen zu können.